Wir sind schon auf der Pfälzer Seite des Rheins. Hallo Leute, ich bin unterwegs mit den Liegeradlern nach Lauderburg. Klasse Geräte. Wir sind jetzt hier in den Jardin des Tee eingekehrt. Und da kann man wunderbar mit Tischgrills dann draußen grillen. Wir sind auf dem Rückweg nach Deutschland. So, 23 Kilometer. Jetzt verabschiede ich mich auch schon wieder. Hier aus den Auenwäldern an der französischen Grenze am Rhein. Tschüss, bis dann mal wieder. Tschüss, bis dann mal wieder. Tschüss. 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 Gleich ist hyvä.